Jetzt hast du etwas gesellschaft, Petterson. Was könnte da drin sein? Findus Grüne Erbs. Na sowas. Sei gegrüßt, Findus. Ich heiße Petterson. Petterson, weißt du was? Ich will Essen werfen. Weil heute großer Rumwerftag ist. Okay Findus, es kann losgehen. Ach du meine Güte. Ich werde eine Schwimmmaschine bauen. Nein! Die sind mal alle vollkommen verrückt geworden. Die Luft ist rein. Jetzt können wir endlich mit unserer Schatzsuche beginnen. Ui. Ja, es hat geklappt. Du Petterson. Du Petterson. Du Petterson. Untertitelung des ZDF, 2020